Hey ho Leute! Ähm... Heute mal mit neuem Texture Pack. Das Texture Pack nennt sich Doomcraft. Oder von... von Doomcraft glaube ich. Ach, scheiß drauf. Es geht... Es ist wieder Freitag und es geht endlich wieder weiter. Tut mir übrigens leid, dass ihr lange nichts mehr von mir gehört habt. Beziehungsweise über die Woche hinaus. Aber ich hatte... kleine technische Probleme. Ja, ähm... Die sich immer noch nicht wirklich gelegt haben. Im Gegenteil, sie sind schlimmer geworden. Ja. Ähm... Was ich damit sagen will ist... Dass... mein lieber Rechner... mal wieder ein kleines... Fünkchen Probleme hat. In Sachen... Power Management. Was mich auch ziemlich nervt. Weil... ich bin ja derjenige, der dafür wieder blechen darf. Und, äh... Ja, was findet... Wie findet ihr so die Computerindustrie? Allgemein. Also... Ich finde... Die könnten... die... Power... höher setzen... und dafür weniger Bugs einbauen. Wie zum Beispiel hier diesen Scheiß. Wie zum Beispiel hier diesen Scheiß. Und jetzt mal ganz im Ernst. Wer will denn schon... überhaupt... seine ganzen Daten verlieren? Das ist doch einfach zum Kotzen. Wie ihr sehen könnt... es hat sich alles... ziemlich verändert. Und... ich finde... der sieht geil aus. Ich mal... guckt euch mal... das Schwert an. Es ist eine gottverdachte Kettensäge. Ja... Ähm... Am Wochenende folgt wahrscheinlich wieder ein Livestream. Das werde ich aber heute Abend nochmal angucken. kündigen. Weil... äh... Ja... könnte halt sein, dass ich noch Besuch kriege. Von einer... Ja... Freundin. Wie ich es jetzt mal sage. Aber wirklich untertrieben. Es ist nämlich nicht nur eine Freundin. Nein. Es ist meine Freundin. Wrascht weit. Dann komm zusammen, sie ... Ni ... Mit nur tires disagreementeln. Das war es schon. D. ig入enn cheesecake. Naja... Ist das zu padre? Ist das zu sein? Verwann? technology Proverbs Review Ich könnte eigentlich damit einen Weg pflastern. Hehe, gute Idee. Mach ich. Wow. So. Und ich labere hier schon wieder 5 Minuten rum. Äh, ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Rechner habt. Beziehungsweise Hardware in den Kisten. Soll, glaube ich, einiges bei rumkommen. Ich kenne nämlich ordentlich viel Hardware. Ja. Die auch ziemlich gut ist. Und wehe, einer von euch schreibt drunter 32 GB Kampfbolide. Ja, dann frage ich euch, ob wir tauschen könnten. Ich habe nämlich nur 8 GB hier drauf. Und ich habe noch mehr Kohle farben. Noch mehr Kohle farben. Wir brauchen Kohle. Ist ein guter Brennstoff. Aber irgendwann hat man dann auch Kohle und Mars. So. Äh, ja. Machen wir mal weiter. Beleuchtung nicht vergessen. Ganz wichtig. Was ist es? Whoa. Okay. Ja, ich weiß. Ich habe gerade eine wichtige Minecraft-Regel verletzt. Never dig down. Naja, was soll's. Ist ja schließlich nur ein Spiel. Und dann basteln wir uns hier wieder hoch. Oh, schon wieder neun Minuten voll. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns schon mal. An dieser Stelle hier. Und ich sage auch, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und Und